Ja, hallo zusammen, ich melde mich heute aus Bilk vom Sudbertusplatz hier von der Sparkasse, denn dort war ich mit meiner Frau gemeinsam und wir haben tatsächlich mal die Frage geklärt, können wir nicht auch was kaufen, weil bei 1500 Euro Miete, das ist ja so unser Limit, das wir uns gesetzt haben für eine Warmmiete, müssen möglicherweise drüber gehen, das merken wir schon, aber das ist so ungefähr der Rahmen, da sagt dann jeder, wenn man das erwähnt, 15.000 Euro, kauft doch bitte was und ja, wir sind da nicht so ganz die Experten, glauben, dass wir vielleicht gar nicht so gute Baustellenaufseher wären, ja, hier ist ja mal ordentlich was los am Karolinger Platz mit der Straßenbahn, also kurz gesagt, wir glauben, wir sind gar nicht so unbedingt der Typ für dieses Thema kaufen, aber man muss sich ja trotzdem mal informieren und das haben wir getan, waren dort mit einem netten Finanzberater zusammen, der uns einfach mal das so grob ausgerechnet hat, was so ein Kredit mit uns machen würde und hat uns, so viel kann ich verraten, eher abgeraten, unser Gefühl ein bisschen bestätigt, aber hört euch das mal an, das ist eine ganz schöne Folge geworden, denke ich, und ansonsten kann ich sagen, vielen, vielen Dank für die vielen Reaktionen eurerseits über Facebook, über Mail, über Instagram, immer wieder kommen Vorschläge, Tipps, Anregungen, ich habe das alles gespeichert, habe das alles auf dem Schirm und alles bringt mich weiter, insofern macht gerne weiter damit, vielen Dank dafür.